Ich heiße Ruxandra Künja und bin seit acht Jahren in der EVN tätig. Ich arbeite in der Rolle von Demand und Portfolio Management. Mein Team und ich fungieren als Brückenbauer zwischen der IT-Abteilung und den einzelnen Fachbereichen. Der Energiemarkt ist ständig am Wechseln. Dadurch ist es sehr wichtig, dass wir immer am Laufen bleiben. Was ist jetzt Neues, was machen andere Unternehmen, was sind die Bedürfnisse von den Kunden. Zusätzlich geht die EVN auf die persönlichen Bedürfnisse ein. Sie haben mich zum Beispiel auch sehr stark unterstützt, dass ich mein Masterstudium fertig mache. Am meisten schätze ich an meiner Arbeit, dass ich sehr viel Neues dazu lernen kann. Meine Kolleginnen und Kollegen sind einfach toll. Es ist egal, wie viele Fragen ich habe oder wie wenig ich mich vielleicht in einigen Bereichen auskenne. Sie nehmen sich immer die Zeit und sind einfach voll involviert, egal was für ein Thema es ist.